kleider machen leute und wir machen kleider und damit herzlich willkommen zu meinem video vom modden mann zum skill kleidermacherei ja ich zeige euch eine kostengünstige und effiziente lösung wie ihr kleidermacherei bis zu 200 skill könnt wenn es euch gefällt gibt daumen nach oben fragen und anregungen gerne in die kommentare und jetzt wünsche ich dir viel spaß beim video die mit so freunde für die methode um kleidermacherei zu spielen müsste natürlich an der kleidermacherei arbeiten genau und ihr stellt eigentlich eichensalbe her schwache eichensalbe reicht schon kriegt 36 rüstungsschmiedekunst beziehungsweise reichen salbe könnt ihr eichensalbe könnt auch gewöhnliche stark und mächtig je nachdem wo ihr ressourcen von habt herstellen und kriegt demnach auch mehrere punkte generell was bringt die eichensalbe erhöht die absorption von physischen schadensorten für fünf sekunden oder bis zu fünf mal erlitten schaden um bis zu 500 prozent hier 500 400 300 200 also das endprodukt könnt ihr am ende auch noch benutzen könnt ihr in den tank slot ziehen und dann ganz einfach einsetzen so was braucht ihr dafür braucht öl wasserpartikel und erdpartikel jetzt könnt ihr euch natürlich entscheiden ob ihr die ganzen sachen einfach fahren wollt was sehr relativ aufwendig ist partikel könnt ihr zum beispiel von random spawns zum beispiel ihr kennt doch auf diesem baum diese schnecken oder diese schildkröten dort könnt die partikel bekommen oder halt von vollen ist wohl so oder ihr kauft euch die sachen einfach im auktionshaus so wir brauchen jetzt artikel ich habe nicht mehr im kopf welche ich sage jetzt mal dass man erdpartikel die gibt es hier jetzt in dem ich bin gerade oben rechts in dem gebiet wo generell extrem wenig los ist aber wir gucken mal kurz durch feuerpartikel haben wir auch natürlich lebenspartikel auch nicht kurz noch einmal serienpartikel haben wir zu 100 natürlich total überteilt ich weiß in der anfang stadt kosten die einen taler oder so also ich würde euch empfehlen guckt euch erstmal die anfangsstädte an da sind die auktionshäuser bei uns auf dem server am höchsten guckt wo sie am günstigsten sind und da könnt ihr einkaufen oder ihr macht es noch schlauer ihr macht kaufauftrag erstellen ihr sagt okay wisst ihr ich will ein ein partikel für 40 kaufen und ja ich habe es probiert es kommt tatsächlich welche extrem unterm preis rein ja gut dann macht ihr für 40 wollt ihr 500 kaufen insgesamt oder 1500 macht den ganzen kram auf sieben tage und wartet einfach bis die sachen zu euch kommen das ganze könnt ihr durch mit allen partikeln machen und mit den ölen und mit denen könnt ihr dann zu der kleidermacherei geben und das ganze natürlich erstellen ich gucke mal kurz ob ich öl bekomme ja für 1 kommt fürs video kaufe ich mir mal kurz zehnmal öl ist zwar extrem teuer hier für eine münze aber wie gesagt macht es mit einem kaufauftrag wartet über eine nacht und dann habt ihr schon ein paar sachen zusammen so wir gehen jetzt auf jeden fall auf die eichnaut selber die erd und wasser benötigt und wir können uns den ganzen kram zehnmal herstellen sowie ein thema hergestellt direkt von level 31 fast auf level 33 gesprungen natürlich das müsst ihr extrem oft herstellen aber das bringt es auch im nachhinein so wir können die sachen jetzt hier einfach reinpacken und können das dann während des falls einfach usen gibt uns übrigens wie gesagt schon einen verteidigungs buff ja das war es eigentlich auch schon zum ganzen video so könnt ihr extrem kostengünstig in anführungszeichen die sachen herstellen ist natürlich viel günstiger als wenn ihr hosen herstellt ihr müsstet für eine hose also ihr erstellt sieben eichen hautsalben her und dann hättet ihr die gleichen punkte wie bei einer hose ja genau das war es eigentlich schon zum ganzen guide ich hoffe er hat euch gefallen wenn dem so ist gibt gerne einen daumen nach oben fragen und anregungen wie immer gerne in die kommentare und ich würde mich sehr freuen wenn ihr meinem kanal ein abo hinterlasst damit ihr kein video mehr von mir verpasst und mir gleichzeitig hilft zu wachsen ja vielen dank fürs zuschauen ich wünsche dir noch viel spaß in new world und ja schreibt gerne in die kommentare ob es bei dir gut funktioniert hat mit der methode und ob du dir mehr videos in dieser art wünscht wenn dem so ist schreibt in die kommentare dank fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten video euer mottenmann ciao